recht herzlich willkommen zu einer neuen folge faktorio und wir sind hier drinnen und wollen vorwärts kommen um dort dort länger das abbauen ok dann ist man da noch näher ran aufpassen dass keiner kommt und wenn einer kommt dann müssen wir schnell zurück das ist wieder zu diese auch schon die bösen das verkehrt so aus und da reinlegen und da auch ausnehmen da reinlegen geschafft jetzt wieder mauer aufbauen man auch munition ja da rein und da rein ok die steine haben wir 32 das müsste also noch gehen der stein geht da nicht hin und da auch nicht die stelle machen das auch so da ist glaubt schon stein nicht mal ganz stark hoffen dass wir schon müssen und da ist noch einmal munition da stimmt das ja stimmt wohl und da auch noch das bedeutet wir haben gleich keine munition mehr oder wie sehe ich das gut können wir denn noch munition bauen ja jetzt müssen wir doch schnell handeln ok so schnell kann das gehen wie man gerade sieht eine munition für den oberen turm und wird der unter einmal munition gut wieder weiter mauer ziehen da geht nicht da geht da geht nicht mehr ok dazu schärbchen hin ich weiß nicht wie lange das hält zwei kommt noch einer drauf drei und der turm oder die links kommen auch nicht gerade näher ne da geht es ok da geht jetzt nix das bedeutet wir müssen raus das ist wieder zu der turm geht noch nicht hin dann werden wir das was abbauen ich will jetzt den turm inbauen keine munition ok ich weiß nicht wie weit es noch ist aber bald kann es sein kann es eigentlich nicht mehr sein aber wir müssen definitiv hier noch ein bisschen was nachlegen und zwei kommen einer noch und die gehen in den anderen turm und dann müssen wir hinten abbauen ok die kommen von vorne können hinten aber wohl abbauen in ruhe jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen dass die nicht unten nebenher laufen oder sowas so geht aber so geht aber und schließen ok keine munition mehr das ist schlecht zack ok ok das heißt auch jetzt dass wir mit der munition schon am ende sind ne das ist nicht gut das ist nicht gut ok ich weiß nicht wie lange das reicht ich weiß nicht wie lange das reicht die munition die munition die ist ganz schnell weg ne ich weiß nicht was wir da noch schatten schatten das war jetzt ganz schlecht das ist nicht gut das müssen wir schnellstens unterbinden das sieht nicht gut aus ich glaube mit der munition kommen wir überhaupt nicht weit da haben wir keine chance ich glaube das war's ich glaube da kann man nur noch fliegen ich glaube der kommt nicht hinterher das heißt wir müssen ganz schnell ganz weit weg ist nur die frage ob wir überhaupt eine chance haben hier weg zu kommen gibt es hier denn rohstoffe irgendwie ich glaube nicht ne ok den habe ich kaputt gemacht aber ob ich hier überleben werde ist eine andere frage ne hier ist eine Wüste bringt mir nicht viel ne und da unten ne die Karte geht noch weiter das sieht nicht gut aus ich brauche auf jeden Fall Rohstoffe ne damit ich hier was reißen kann und hier ist die Karte zu Ende und das sieht nicht danach aus dass ich hier eine Überleben Chance habe hier gibt es Steine aber Steine bringen mich auch nicht weiter so und ich glaube das war's ja ich glaube das war dann etwas zu schwierig dies zu machen gut ja äh was wollen wir tun das ist die Frage ich denke mal wir sind hier schon eine ganze Ecke weiter gekommen aber ans Ziel hat es dann doch nicht gereicht ich glaube wenn man hier so sieht da ist wahrscheinlich noch ein neues Nest oder sowas was wir dann in der Nähe haben deswegen haben wir jetzt auch keine Chance die Steine hier sind auch bewacht in dem Sinne ja ich würde erstmal sagen für die Runde soll das reichen und ja mal schauen schreibt mal in die Kommentare ob ihr noch was sehen wollt oder nicht und sonst ja müssten wir ein Level neu starten und dann nochmal anders probieren aber schreibt mal bitte was rein bis dann tschüss tschüss Vielen Dank.